Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns einem interessanten Gedankenexperiment widmen und zwar folgende Situation. Ich habe den Code ein kleines bisschen verändert. Wir haben hier jetzt ein Interface Cutable, ganz normal wie davor auch. Jetzt haben wir allerdings ein Mushroom, eine Pilzklasse, die direkt von Cutable erbt. Und ja, da kommt dann einfach raus, wir haben gerade einen Pilz geschnitten und dann haben wir einen Champignon, der von der Klasse Mushroom erbt. Da steht dann einfach dabei, wir haben gerade einen Champignon geschnitten, wunderbar, nichts besonderes. Und dann haben wir unsere Klasse hier, die eine Suppe beinhaltet. Achtung, wir haben jetzt hier eine Liste an Zutaten, nicht mehr eine einzelne Zutat, ist einfach eine Liste, eine ganz normale, die auf der ersten Zutat basiert. Mehr nicht. Und wir schneiden nur noch die erste Zutat, der Rest kommt einfach ganz in die Suppe rein. Das heißt, wenn wir hier noch eine Zwiebel reinschmeißen, dann ist das halt eine komplette Zwiebel. Genau. Und ja, dann haben wir hier die Funktion i, das ist ganz normal. Und wir haben hier eine Mushroom-Suppe erstellt. Das heißt, eine Soup mit dem generischen Typen Mushroom. Und selbstverständlich packen wir kein Mushroom rein, das wäre langweilig, sondern wir packen ein Champignon rein. Als kleine Erinnerung, was kommt da wohl bei raus? Kommt dabei raus, you just cut a Champignon oder kommt dabei raus, you just cut a Mushroom? Einmal kurz nachdenken bitte. Und ich klicke hier auf Play, dann sehen wir das Ganze nämlich auch. Und, rate, rate, es kommt natürlich raus, you just cut a Champignon. Warum? Naja, wegen der dynamischen Bindung. Wir packen hier offensichtlich ein Champignon in die Liste rein. Das heißt, es wird auch die Cut-Funktion aus der Champignon-Klasse aufgerufen. Und das bringt mir natürlich you just cut a Champignon aus. So, dynamische Bindung, das habe ich euch alles schon mal erklärt. Kleine Wiederholung hier, weil wir das heute brauchen werden. Aber, ja, jetzt, oder nicht direkt brauchen, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen. Und jetzt eine kleine Frage. Ich erstelle mir jetzt hier eine neue Funktion. Und zwar, ich möchte eine Funktion Add haben. Ich möchte in die Zutatenliste hier etwas hinzufügen. So, ich möchte also eine Suppe haben, eine Soup. Und die hat den Typen Cuttable, ja. Und hat dann einfach die Möglichkeit, natürlich ein Cuttable hinzuzufügen. Das heißt, Cuttable vom Typ Cuttable, vielen Dank. Und, ja, was wir hier machen, ist relativ simpel. Wir fügen einfach in die Zutatenliste, ja, natürlich Soup.ingredient.add, einfach unser Cuttable hinzu. Gar kein großes Ding. So, ganz normale Funktion. Was wir jetzt allerdings ausprobieren wollen, ist, wir wollen in unserem Mushroom Soup, ja, eine Zwiebel hinzufügen. Und das machen wir selbstverständlich über die Funktion Add. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Soup vom Typ Mushroom, also mit dem Parameter Mushroom, ist das eine Unterklasse vom, ich packe das mal hier runter, Sekunde. Ist Soup vom Typ Mushroom eine Unterklasse von Soup vom Typ Cuttable? Sprich, kann ich Soup vom Typ Mushroom in diese Funktion reinstecken oder geht das gar nicht? Und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz, dass ihr da drüber nachdenkt, kann das funktionieren und wenn ja, warum nicht? Okay, einmal ganz kurz drüber nachdenken und jetzt kommt die Lösung. Wir können diese Suppe vom Typ Mushroom hier nicht reinstecken, weil wenn wir hier ein Cuttable haben, dann verlangen wir hier auch nur ein Cuttable als zweiten Parameter. So, logischerweise, denn wir wollen ja hier ein Cuttable reinstecken. Okay, das bedeutet aber für mich natürlich, ich kann diese Soup hier reinstecken und ich kann einfach eine Onion da reingeben, eine neue Zwiebel. So, das funktioniert natürlich nicht, Kotlin weiß das alles, dass es nicht so in Ordnung ist, wenn wir das so machen, aber in meinem Mushroom Soup darf ich natürlich von den Ingredients her nur Typ T reinstecken. Und Typ T in meiner Mushroom Soup ist natürlich Mushroom, sprich, es ist okay, Champignons reinzustecken, es ist okay, Mushrooms reinzustecken, aber keine, keine Zwiebeln. Aber von dieser Methodendefinition hier ist es okay, da Zwiebeln reinzustecken, denn sie sind ja Cuttables offensichtlich. Sprich, die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass Soup mit dem Parameter Mushroom kein Untertyp mehr von SoupCuttable ist. Und das ist ein bisschen faszinierend. Und deswegen solltet ihr solche Funktionen immer automatisch schon hier in diese Klasse reinstecken, denn wenn ich jetzt hier diese Funktion Add reinpacke, Fun Add, und hier brauchen wir natürlich keine Soup mehr, weil wir hier schon in der Klasse von Soup sind. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich packe da kein Cuttable rein, sondern ich sage hier einfach Ink für Ingredient, der da quasi neu hinzugefügt werden soll, vom Typ T, was ja mein aktueller Typ der Funktion ist. Dann sage ich ganz einfach hier Ingredient oder Ingredient.addink. So, fertig. Funktioniert wunderbar, überhaupt kein Problem. So kann ich neue Zutaten hinzufügen, allerdings so geht das nicht. Das war jetzt ein interessantes Gedankenexperiment. Normale Menschen würden das auch so schreiben, denke ich mal. Aber trotzdem muss man das bedenken. Soup vom Typ Cuttable ist keine Oberklasse von Soup vom Typ Mushroom. Ja, und das als kleines Gimmick sozusagen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.